Herr Verbege, es gibt viele Personalien. Fangen wir mal an. Tim Hochland und Timo Pertl haben in dieser Woche mittrainiert. Sind die beiden bereit für den 18er Kader? Ja, sind beide. 18er Kader ist das eine, Startelf ist das andere. Wären die beiden auch fit für die Startelf? Wenn man im Kader ist, ist man auch fit für die Startelf. Gut. Spielt denn einer von den beiden morgen? Das weißt du morgen. Heute war das Training ja nicht öffentlich. Gestern habe ich gesehen, dass Tim Hochland in der Innenverteidigung gespielt hat. Pavel Davidovic war noch nicht da. Ist der jetzt schon wieder zurückgekehrt? Ja, der war gestern Abend wieder zurück. Er hat Pannen mit dem Flugzeug. Der war um 9 Uhr da, aber das Flugzeug ging nicht, weil er war kaputt. Besser kaputt an der Grund als kaputt in der Luft. Also Pavel ist da. Günter Pohl. Da das Training geheim war, werden Sie uns wahrscheinlich nicht die genaue Mannschaftsaufstellung nennen können. Aber ich frage nochmal zu Nils Quaschner, der ja operiert worden ist, der jetzt gerade wieder ins Training eingestiegen ist. Kommt für ihn ein 18er Kader Platz noch zu früh? Ja, viel zu früh. Das dauert noch zwei, drei Wochen. Dann sagen Sie uns doch bitte etwas über den Gegner. Alle sagen, es ist ein sehr unbequemer Gegner, einer Mannschaft, gegen die man nicht gerne spielt. Warum ist das so? Oder sehen Sie das völlig anders? Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, wie die anderen denken. Ich freue mich auf das Spiel gegen Sandhausen. Die spielen, die probieren auch Fußball zu spielen. Was ich meine mit Fußball, das ist über den Grund, ja, Position spielen. Die probieren die Initiative, die probieren auch mutig zu sein. Manchmal ganz nach vorne drückzusetzen. Also das ist eine Mannschaft, die auch gerne spielbestimmend sein wollen. Kann auch etwas mehr zurückspielen. Also eine Mannschaft, die schon die Erfahrung hat, mit den Umständen umzugehen. Ich habe gelesen, dass der Trainer sagt, wir kommen hier, um zu gewinnen. Also dann müssen die auch nach vorne spielen. Vielleicht hilft das uns. Ja, dann wird es wahrscheinlich für die Zuschauer, die da sind, ein schönes Spiel. Und wir spielen immer das Gleiche. Und wir werden auch gerne nach vorne spielen. Wir werden das Spiel auch gewinnen. Und wenn zwei Mannschaften spielen, um zu gewinnen, dann gibt es oft schönes Fußball. Ja, das Einzige, was ich noch weiß vom Gegner, ist, dass der Innenverteidiger Angina hat. Also der wird nicht spielen. Michael Eckert von der Watz. Ja, eine weitere personelle Frage eigentlich aus Fansicht und aus unserer Sicht ist ja, wer ersetzt Lucila? Ja, das wurde jetzt thematisiert, die letzten Tage. Wollen Sie sich da festlegen? Nein, ich lasse mich nicht in die Karten gucken. Ich mache Gebrauch jetzt von der Unwissenheit auch beim Gegner. Und wir haben verschiedene Optionen, das weiß der Gegner auch. Der Resul Kanusch kann das spielen, Dominik Vita kann das spielen, der Pavol kann das spielen, Tim Hochland kann das spielen. Leider habe ich wenig Möglichkeit gehabt, um es zu trainieren. Ja, das ist leider so, aber klar, die Absprache ist, dass auch in der Landesspielpause am Freitag gespielt wird in der 2. Liga. Ja, und das ist das zweite Mal, das es uns betrifft und das ist schade. Weil natürlich, wie ich gesagt habe, Dominik hat 90 Minuten gespielt. Haffi hat 90 Minuten gespielt, ja, und Bava hat gar nicht gespielt. Aber die Reisen sind auch schon schwer. Ja, und da spreche ich noch nicht über die Jungspieler wie Gül, ja, und Paflides. Ja, die haben dann auch heute nicht trainiert, ja, nur regeneriert. Ja, aber die sind gestern zurückgekommen und das war heute zu früh dann, um wieder in die Mannschaft reinzusteigen. Und die haben auch beide 90 Minuten gespielt. Ralf Kruzinski ist der Nächste. Herr Febig, die Pause war ja jetzt nicht für jeden Spieler eine Pause. Manche hatten ja einen Einsatz, andere konnten regenerieren. Haben Sie vielleicht trotz alledem grundsätzlich den Eindruck, dass die Pause gut getan hat, um vielleicht einen Akku aufzuladen? Oder hätten Sie vielleicht eher nach dem letzten Spiel direkt weitergewonnen? Ja, was man am liebsten hat, da braucht man gar keine Gedanken zu machen. Das ist privat auch so. Manchmal sagt man, ich habe lieber am Freitag gespielt oder am Samstag gespielt. Aber der DFB, der bestimmt, wann wir spielen. Und das weiß ich, das ist mein ganzes Leben schon so angerichtet, dass die Familien oft am Wochenende etwas absprechen und dann bin ich nie dabei. Das wissen die. Ja, und durch die Woche habe ich meine Freizeit und dann ist meine Familie nicht da. So geht das im Fußball. Aber ich wurde gut bezahlt, ich werde mir nicht meckern. Philipp Rentschmark weiter. Das Training vorhin war ja nicht öffentlich. Trotzdem zumindest eine kurze Ja- oder Nein-Frage. Waren Standardsituationen Trainingsinhalt? Natürlich, es ist immer ein letzter Training. Aber darum trainen wir ja auch ab jetzt meistens, wenn wir im Stadion trainen, auch ohne Zusicht. Ja, das geht nur um die Standards. Die Spieler haben sich bei mir gemeldet und gesagt, wir haben den Eindruck, dass wenn wir die Standards trainieren und wir machen nicht immer mehr Gebrauch von der Verteidigung vom Gegner. Also wir machen mehr Arbeit davon, als man dann in den letzten Jahren. Ja, also die bemühen sich. Und die haben dann den Eindruck, dass das, was wir machen, ab und zu observiert ist durch die Gegner, wenn wir hoffentlich trainieren. Ja, das geht heutzutage so im Fußball. Ich behalte das Mikro noch mal kurz, um ein paar Personalien abzuarbeiten. Selim Gündnis stand zuletzt das erste Mal wieder im Kader. Heißt, der ist jetzt auch so weit wieder hergestellt, dass Sie sagen, der ist auf dem Level, auf dem ich ihn haben will? Nein, weil ich habe das Angebotsspiel angeschaut, im Länderspielpause gegen Osnabrück, war es? Ja, ja. Und da hat er nicht gut gespielt. Da hat sich schon Mühe gemacht, aber das ist noch weit weg von seiner Form, wie ich ihn kenne, in den ersten drei Monaten, als ich hier war. Aber das ist ja auch normal, wenn er fast mehr als ein Jahr ist er raus gewesen und er freut sich, dass er dabei ist, dass er wieder mittrainiert, dass er keine Schmerzen hat. Ja, und man prüft an ihm, dass er genießt von jedem Moment, dass er voll genommen wird und wieder dabei sein kann. Noch eine Personalie, Avi Novikovas ist jetzt seit, ich glaube, anderthalb Monaten wieder im Training. Sie sagten, zwei Monate braucht er, bis er hier wieder auf dem Level ist. Wie schaut es da genau aus? Also ist er schon so in ein, zwei Wochen dann wieder so weit, dass er vielleicht auch eine Option für den Kader wird? Ja, du weißt, dass zwei Monate aus acht Wochen bestehen. Du redest jetzt nicht mehr sechs Wochen, also dann habe ich noch zwei Wochen. Aber der ist, soweit ich weiß, Ende August eingestiegen. Jetzt haben wir Mitte Oktober, so in ein, zwei Wochen, sagte ich ja, ist er dann wieder so weit? Kann sein. Der hat ein gutes Länderspiel gemacht, hat ein Tor gemacht, hat ein Tor vorbereitet. Er ist ein Exterus. Also ich bin schon informiert und ich habe mir auch einiges angeguckt. Und natürlich macht er Sprünge nach vorne. Gibt es weitere Fragen? Ralf Ruzinski hat noch. Ja, nochmal zurück zum Auer-Spiel kurz. Vor dem Spiel wurde diskutiert, hat jetzt die Mannschaft eine Auswärtsschwäche oder nicht? Ist vielleicht nach zwei Spielen auch ein bisschen früh gewesen oder nach einem Spiel? Auswärts wurde jetzt gewonnen. Vor allen Dingen wurde ein Spiel gewonnen. Gibt das einen zusätzlichen Schub? Ja, mit so einem Spiel in Auer, gegen Auer, mit den Spielen, die damals da waren, das ist nicht zu vergleichen mit heute und morgen, wenn wir antreten. Also das kann man so nicht sagen. Ich kann nur sagen, was Auer gezeigt hat, dass wir mit den vielen letzten Spielern und den neuen Zugangern richtig gut agiert haben in diesem Spiel. Also das heißt, dass die Mannschaft immer mehr die Philosophie, wie wir spielen wollen, sich veränlegt. Und das freut das Trainersteam. Dann sehen wir uns, dass die Arbeit auch eine Leistung bringt, womit wir zufrieden sein können. Aber auch nicht mehr oder weniger. Wir müssen weitermachen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben auch wieder zwei Gegentore bekommen. Ja, dass natürlich auch die Konsistenz uns fehlt. Ja, jetzt wieder, wenn die Standards wieder anders verteidigt, weil ich wieder andere Spiele im Startelf habe. Und ja, das gibt immer Wechsel. Und da fehlt die Stabilität ein bisschen. Ja, also am liebsten hat man so wenig mögliche Änderungen. Vor allem bei den Freistlosen und Existlosen zu verteidigen. Aber klar, das ist die Situation, das ist die Lage, worin wir sitzen. Ja, der Lausilla war natürlich auch wichtig bei defensiven Standards, weil er eine Länge hat und einen guten Kopf war, aggressiv. Die fällt uns jetzt. Aber klar, von ihm wird ein anderer spielen und der muss auch sich anpassen und das machen, was wir fragen von ihm.